Philipp, du hattest gerade eine Session. Was war denn dein Thema genau? Spracherwerb von Geflüchteten, also Deutsch lernen und vor allen Dingen im Rahmen der Integration in den Beruf. Und wie sind die Ergebnisse? Hat es eine Diskussion gegeben? Was können wir festhalten als Ergebnis? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich fand es sehr, sehr spannend. Wir hatten sehr, sehr unterschiedliche Teilnehmer von Bildungsträgern über Unternehmen. Auch ein selbst Geflüchteter war dabei, fand die Diskussion sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen aus den verschiedenen Blickwinkeln mal die Probleme oder Herausforderungen zu hören und auch die verschiedenen Lösungen, die die Leute sozusagen gefunden haben. Okay, danke. Noch viel Spaß.